und damit halli hallo und herzlich willkommen hier auf öPNV simulation ich bin's der bio begrüße euch ganz herzlich und freue mich dass ihr einschaltet zu einer neuen ausgabe der öPNV news ja wir haben ordentlich viel zu berichten deswegen würde ich sagen fangen wir auch direkt an aber hier zur kleinen anmerkung ich habe ein bisschen männer schnupfen von daher klingt ich heute vielleicht ein wenig anders aber jetzt los und zwar gibt es neues vom s25 addon für den train simulator wir hatten in den letzten folgen davon schon mehrmals berichtet und jetzt gibt es mal wieder neue bilder zu sehen sehen wir hier einen neuen bahnhof einen neuen s-bahnhof und wir haben hier eine kleine anmerkung der tunnel wird komplett 3d ausmodiert keine lofts wie bei den tunnen stücken in berlin leipzig die 3d modelle sind sehr aufwendig da es hin und her auf und ab geht und circa alle sechs meter eine stütze steht alle zwölf mit der ein paar leuchtstoffröhren hängt die lichter im tunnel werden versucht möglichst realistisch nachzubilden schließlich ist der gesamte tunnel mit den leuchtstoffröhren beleuchtet die lichter sollen durch den führerstand huschen aber den tunnel nicht tag hell machen zudem gab es hier in dem kleinen blogspot noch eine kleine info wird schon mal hier ganz vage jetzt in den raum stellt der versuch eine leise ansage wenn es fertig sein soll mitte 2020 ist es vielleicht soweit nachfragen hält aber eher auf als dass es die arbeit beschleunigt das ganze könnt ihr euch natürlich komplett durchlesen den eintrag vom nordbahnhof wie gesagt das findet ihr alles unten in der video beschreibung es gibt neues update vom bremen nord das entwickler team der omsi mappe bremen nord war wieder fleißig und hat einige änderungen und ergänzung für das addon bereitgestellt die version 2.0151 ist nun bei steam erhältlich und beinhaltet gegenüber der vorigen version einige optische anpassungen und korrekturen eine komplette auflistung ist im entsprechenden change lock zu ersehen auch hier wieder der link in der video beschreibung es gab wieder mal was neues von dresden ein winterupdate steht an leider mit einer kleinen änderung im winterupdate kommen nicht wie geplant zwei neue linien sondern nur eine diese wird die linie 63 sein von löptau bis nach pillnitz la da vinci straße die linie 86 und eine andere linie folgen dann im nächsten update zwei 2020 2020 wollte ich eigentlich sagen auch die ansagen sind wieder einmal neu gesprochen zusätzlich hat man ja in einem bild das auf discord geteilt wurde schon unsere ki straßen mal gesehen diese wird erst mit der linie 86 verfügbar sein leider das genaue datum zur veröffentlichung gibt es erst im winterupdate trailer der user honigwaffel hat das ganze dementsprechend gepostet und uns zugeschickt dann gibt es was neues von harleycon noch mehr abwechslung in omsi 2 durch weitere ki menschen und busfahrer im achten teil der omsi 2 downloadpack reihe wird die vielfalt noch größer denn weitere ki menschen warten darauf in die maps entlassen zu werden zusätzlich bietet das paket neue busfahrer und busfahrerinnen die drei frauen zwei männer und ein kind sind in 50 varianten in sachen bekleidung und aussehen enthalten und haben immer über 200 professionell eingesprochen sprach files in deutsch und englisch zusätzlich sind busfahrer und busfahrerinnen unterschiedlicher verkehrsbetriebe enthalten zum beispiel aus hamburg berlin münchen wuppertal und aachen weitere informationen und bilder finden sie auf der neuen produktseite der release ist bereits für mitte november 2019 geplant und wer sich nun fragt wo volumen 7 der omsi downloadpack reihe bleibt dieses park kommt auch noch in diesen jahren widmen sich dann ganz besondere ki fahrzeuge den bussen nähere infos folgen hier in kürze das ganze findet ihr natürlich auch wieder in der video beschreibung metropole ruhr hat ebenfalls ein neues update bekommen das dlc ruhr gebiet hat ein neues update erhalten die neuen dfi anzeigen sind nun für alle verfügbar zudem hat die linie 267 ab jetzt nur noch ihren eigenen fahrplan und ist nicht mehr mit der 266 gekoppelt der moviepark hat dieses jahr noch verlängert bis zum 10 november geöffnet und geht dann in die wintersaison mit einer deutlich reduzierten verkehrsaufkommen auf der linie 267 dann gibt es mal wieder ein neues geheimes bild von harley con leider ist das bild sehr sehr unscharf wie ihr es ja unschwer sehen könnt wir lüften heute den vorhang etwas für ein neues um sie fahrzeugen das bereits einiger zeit in der entwicklung ist es handelt sich um ein bus und bei der entwicklung wo neue wege beschritten in der regel wird der bau eines 3d modells anhand von fotos skizzen und plänen gemacht dazu gibt es erkundungstermine bei denen ein bus für eine bestimmte zeit zur verfügung steht bei solchen terminen wird dann fotografiert und gefilmt was das zeug hält damit hinterher gebaut werden kann im falle des neuen bus es gab es eine neuerung der bus stand uns nicht nur einmal zur verfügung sondern mehrmals und auch für eine längere zeit warum also nicht direkt an dem modell arbeiten während man sich im original befindet und sofort checken kann ob nach bildung realität auch harmonieren gesagt getan genauso wurde es bei diesem projekt gemacht man sieht hier allerdings relativ wenig scheinbar handelt es sich hier aber um ein bvg modell sieht man ein bisschen an den haltestangen aber es muss ein etwas älteres modell denn wir sehen eine getrennte frontscheibe so was findet man heutzutage nicht mehr bei moderneren bussen sondern eher bei älteren bussen hier wird schon spekuliert dass es sich eventuell um ein traditionsbus handeln könnte wir müssen gespannt sein vielleicht kriegen wir dementsprechend der noch neue hinweise wenn ihr natürlich da was habt denn nutzt die kommentarfunktion schreibt unten rein ich bin mal gespannt es ist mal wieder zeit für den bus simulator frohe botschaft wir haben so eben unsere neuesten großen updates für den bus übernatter für die ps4 und der xbox one zum download bereitgestellt patch notes ps4 2.11 und xbox one 1.301 das update enthält hunderte von kleineren und größeren spielverbesserung bug fixes und stabilitäts und performance optimierung und bringt zudem einige neue futures ins spiel da es den rahmen sprengen würde diese alle detailliert aufzulisten hier eine übersichte der wichtigsten änderungen zahlreiche stabilitätsverbesserung performance verbesserung für den routeneditor neues future erweiterte fahrten einstellung neues future multiplayer rights management für neue spielstände ein neues future performance qualitätsschieberegler falls 4k videoausgabe erkannt wurde ermöglicht erhöhte qualitätseinstellung auf der ps4 pro und der xbox one x bug fixes vergessene gegenstände können nun wie gewünscht aufgehoben werden ein weiteren für die verdunkelten türfenster bei regen diverse korrekturen an verschiedenen bus modellen verbesserung bug fixes am passagierverhalten weitere bug fixes bei der region spezifischen zuweisung der tastenbelegung und verbesserung beim anpassen der eigenen busse im bus depot zahlreiche weitere bug fixes und spielverbesserungen an dieser stelle noch einmal ein dickes dankeschön für eure geduld ps ein separater fix für das screen science problem das einige spiele auf der xbox one plagt ist bereits in arbeit und folgt schnellstmöglich soweit die aussage hier von astragon das ganze könnt ihr dementsprechend natürlich weiterhin in der video beschreibung nachlesen ein neues projekt wurde für lotus angekündigt schon vor einiger zeit und zwar aktuell im lotus simulator forum der modder ist hier fabian 13 und der baut ein bus für den lotus simulator obwohl es halt streets of lotus noch nicht gibt macht man sich jetzt hier schon ran und bastelt jetzt hier den ersten bus dabei handelt es sich um den volvo 8900 le für lotus das ganze würde würde wird gebaut von fabian 13 und volvo rider 64 veröffentlichung an einem hoffentlich schönen tag sagt man hier pro projekt details der volvo 8900 le ist ein stadtbus der in den nordeuropäischen städten sehr verbreitet ist der bus wurde der öffentlichkeit 2007 vorgestellt und ab 2011 ging er in die produktion der bus jetzt damit seine vorgänger den volvo 8500 le und den volvo 8700 le ja unsere projekte fokussiert sich auf zwei varianten vom bus zwei achsen 12,1 meter volvo b7 rle 8900 le ee ee v zf eco live und einmal in drei achsen mit 14,8 meter volvo b8 rle 8900 le euro 6 zf eco live so das ganze gesamte modell das grundmodell ist jetzt zu 80 prozent fertig details bei 15 prozent und der rest bei null prozent sowie bei den sounds und scripts lassen wir uns überraschen wie weit wie lange das ganze noch dauern release termin gibt es jetzt hier aktuell noch nicht haben wir schon mal über open lotus gesprochen ich glaube nicht open lotus wurde neu ins leben gerufen von oriolo software direkt hier kann man falls ihr projekte angefangen hat und diese nicht mehr beenden könnte direkt einsenden und somit können sich eventuell andere damit bedienen und dieses projekt eventuell fertigstellen in meinem falle zum beispiel die straßenbahn der t24 dadurch dass ich mich damit jetzt kaum noch so weit auseinandersetzen kann könnte ich das modell jetzt fertig bauen könnte das in open lotus jetzt einsenden und jemand könnte sich dem scripten annehmen und das ding fertig scripten soweit so gut funktioniert halt mit strecken funktioniert mit objekten und funktioniert auch mit fahrzeugen das ist noch relativ neu dieses ganze projekt ich bin mal gespannt wann es dazu denn die ersten offiziellen projekte gibt man sich kann man das schon mal reingehen es sind aber die datenbank an sich ist noch relativ überschaubar wir wollten euch nur mal darüber informieren falls die zufälligen projekte in lotus angefangen habt und ihr keine zeit mehr findet da irgendwas zu machen dann schaut doch mal im forum bei lotus vorbei transport fieber wir wollen wir uns erstmal bei urban games richtig bedanken für die chance denn wir sind offiziell eine partnerschaft eingegangen wir dürfen euch das ganze hier heute zeigen und werden auch zukünftig weiterhin gut informiert von urban games das ganze ist jetzt der neue trailer von urban games und hier gibt es schon den release termin und zwar soll das ganze jetzt am 11 dezember 2019 auf steam für pc und linux erscheinen transport fieber 2 enthält mehr als 150 jahre transportgeschichte aus asien europa und nordamerika spieler richten ihr eigenes transport imperium mit vielen neuen fortbewegungsmitteln für land luft und see das user interface und die modemöglichkeiten werden im vergleich zum vorgänger überarbeitet und weiter verbessert mit hilfe von über 200 realistischen und authentischen fahrzeugen können strategisch komplexe infrastrukturen netze erbaut werden wobei für jede der drei regionen eigene fahrzeug sets zur verfügung stehen inklusive zügen personen fahrzeugen und bussen lkw flugzeugen und schiffen stationen flug und binnenhäfen können modellage baut werden angepasst werden damit bedanken wir uns für diese tolle chance und wir freuen uns auf den 11 dezember es gibt mal wieder was neues vom fersystem hier gibt es ein neues kleines projekt was angekündigt wurde fersystem ist ein sound ansage system welches für den train simulator funktioniert das neueste projekt ist jetzt dieses hier was wir jetzt gerade sehen es bahn rhein-main und soll jetzt demnächst wohl veröffentlicht werden mit der s5 genau das ganze könnt ihr unten in der video beschreibung natürlich nachlesen aber der trailer sagt doch eigentlich schon mehr als das was ich hier überhaupt sage wir haben schon soweit fersystem schon benutzt in den train simulator falls ihr mal gucken wollt was das überhaupt ist dann schaut bei uns mal in den let's place vorbei dort findet ihr das ganze wie sich das ganze so anfühlt kommunikation zwischen der leitstelle und dem fahrer den triebfahrzeugführer entschuldigung triebfahrzeugführer kommen wir mal zu um sie köln ja um sie köln wurde jetzt veröffentlicht jetzt vor einigen tagen und hier ist der ummut leider groß allerdings nicht an der qualität des addons sondern hier merkt man hat wirklich den unterschied dass der preis die musik spielt das ganze kostet 29 euro 90 auf steam und natürlich im shop von aerosoft und viele finden diesen preis einfach deutlich zu überteuert für diese qualität die hier geboten wird und des fahrzeuge switches enthalten ist wobei man hier wirklich sagen könnte man hätte hier locker flockig den vdl mit reinnehmen können denn dieser soll wohl auch in köln unterwegs sein hier hat man sich für den o530 entschieden von der qualität der strecke sind alle ziemlich begeistert allerdings sind hier viele viele bug fixes vorhanden wird ja aber wahrscheinlich in der nächsten zeit gefixt werden was haltet ihr von dem preis für 29 99 eine linie die 14, paar kilometer lang ist mit einer fahrzeit von irgendwas mit 50 minuten kann sich das eigentlich schon sehen lassen hier muss man aber einen kleinen vergleich ziehen wenn man mal überlegt dass man hamburg mittlerweile für 25 euro bekommt sowie das addon x10 für 25 euro bekommt welche seine zeit eines der besten addons für den omsi simulator ist man rechnet jetzt nur fünf euro drauf und man hätte hier den preis von metropole ruhr erreicht somit ist omsi 2 bremen das zweitteuerste addon für omsi 2 schreibt doch mal in die kommentare wie seht ihr das ganze seht ihr das genauso dass ihr den preis anprangert statt die qualität oder wo liegt zum beispiel euer problem mit dem addon wie gesagt nutzt dazu einfach die kommentarfunktion und damit kommen wir auch schon wieder zum ende der news ich sagte doch das wird eine längere fahrt hier und ich bin zufrieden dass das ganze jetzt so reibungslos durchgelaufen ist wenn das ganze jetzt noch perfekt aufgenommen wurde bin ich mega glücklich ja wenn ihr natürlich mehr von diesem format sehen wollt unbedingt den abonnier button drücken ich werde euch immer natürlich auf dem laufenden halten was passiert und sonst verabschiede ich mich hier bevor ich mich verplapper wünsche euch noch einen schönen sonntag wir sehen uns zu den nächsten news wieder damit tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal